Jo, hi Leute, hier ist euer Mr.Kantin, mein Name ist Rafael und willkommen zum Video von CQLP. Eine Sache, ich möchte das so, dass CQLP auf meinem Kanal NostiVideos macht, weil ich ihn angeschrieben habe. Nicht andersrum, sondern ich habe ihn angeschrieben. Also deshalb, ja, schreibt ihn bitte nicht mehr an, dass er irgendwie Abo geil wäre, dies und das, weil ich ihn gefragt habe, ob er auf meinem Kanal NostiVideos machen kann, weil ich keine NostiVideos mehr mache, irgendwann mal wahrscheinlich wieder, aber, ja, genau, deshalb macht er ja für mich die NostiVideos. Ja, ich hoffe euch wird das Video von CQLP gefallen, wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal, ciao! Ah, li hallo, mein froh und unterkommen wieder zu einer kleinen, aber freien Folge, sehr cool wie. Im Hintergrund seht ihr, ähm, das Projekt, ihr könnt mir, äh, in die Kommentare schreiben, wie ich das Projekt nennen soll, und zwar seht ihr im Hintergrund, wie ich jetzt gerade Boden verkauft habe und damit relativ gut Geld gemacht habe und, ähm, hab ich schon ein bisschen vorgelevelt. Da seht ihr schon im Video, ich bin level 16, job 20, ich hab ein bisschen vorgejobbt und da hab ich eine legendäre, ähm, äh, Schleuder bekommen und ist halt auch echt nice. Und zwar, Freunde, wenn das Video hochkommt, werde ich zwei Stunden lang beim Mimimentor Channel 2 stehen. Also wer kommen möchte, kann kommen, wenn nicht kommt, dann halt nicht, dann, äh, wäre schade. Also ich würde mich extrem freuen, wenn ihr kommt. Und ihr seht schon, wir haben die Mage genommen. Ähm, viele haben sich Mage gewünscht und deswegen hab ich ein Mage genommen. Und das Gold, das wir hatten, hab ich mir Skills gekauft, damit ich auch noch ein bisschen auch drauf holen kann und nicht mein Pett das ganze Damage macht, ähm, und da haben wir halt auch noch da ein paar Skills geholt, die auch relativ, äh, wichtig sind. Und, ähm, ich möchte euch einfach nochmal herzlich bedanken, dass das Video so gut angekommen ist und ist auch echt heftig angekommen und jetzt seht ihr, wie ich das Armand hergestellt hab. Ähm, das nächste Video wird auch wieder live kommentiert, also freut euch, und dann war ich halt ein bisschen inkompetent, wie ich früher mal. Und, ja, was, ihr seht auch noch ganz am Ende ein ADT-Clip, also zwei ADT-Clips, ähm, damit es halt auch so ein bisschen gemischt ist. Also das sind ja Anfolgsquests, Freunde, die Anfolgsquests sind immer langweilig. Ähm, ich werde auch, ich werde nicht nur questen, ich werde auch levelen, ich werde auch farmen und, ähm, immer alles aufnehmen. Ich werde auch natürlich Brain AFK sein, also ich werde auch AFK sein und dann das nicht aufnehmen und dann werde ich halt immer erklären, was ich aufgenommen hab. Ähm, wie schon gesagt, Freunde, ihr könnt mir was geben, ihr müsst mir nichts geben. Das sage ich jetzt, äh, in jedem Video lieber mal, bevor die Leute halt falsch denken, jo, er lässt sich nur pushen in diesem Projekt. Nein, also, äh, ich werde Channel 2, Mimi stehen. Channel 2, nach dem Video, wenn es oben kommt, zwei Stunden lang. Also, es wird mich extrem krass freuen. Server 1 natürlich, wenn ihr kommt. Da seht ihr, wir sind im Team, äh, Teamspeed, äh, Teamstein, welcher war das jetzt? 8, glaube ich. Und ich hab zwei neue Kumpels, äh, also neue sind nicht, ähm, zwei Kumpels, die mit mir das Projekt starten wollen, also, ähm, Swordi und noch ein Match, äh, Swordi und ein Boogie. Also, es ist echt heftig, dass schon zwei Leute mitmachen und es freut mich auch auf jeden Fall, wenn das Projekt weiterhin gut ankommt. Das Video wird auch natürlich auf mich der ganzen Channel wieder hochkommen, auch, damit ihr auch was zu sehen habt, also die Abonnenten von bisher ganz schön. Ich würde einfach sagen, Freunde, genießt das Video und lasst ein Abo da und ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, was ich in ihm, äh, was ich verbessern kann oder halt auch noch ändern kann in den Clips. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 von der Szene, die Räste. Und es ist eine Räste, die ich in meinem Kopf habe. Aber du musst dich entfernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Outro